um zu erinnern und so gesagt 3 wiederaufnahme er ist mir gerade so aus und gerutscht sowohl es noch tag machen er habe ich gemacht aber ich bin weiß nicht warum und ich hasse regen sein fischbar wahrscheinlich ist es dunkel wegen dem regen wo ich habe gerade 105 schaden bekommen an fallschaden wahrscheinlich ist es wegen dem regen so dunkel weiß ich auch keine sterne wieso sind die fische eigentlich böse auf einem die fliegenden die wenn regnet sich und wieso sind die so lange sich die schnellste fisch ich bin schneller als der zander hohe g die gehen wir wenn ich sagen würde ich komme schneller als der zander ja da hast du auch ich komme schneller als der zander ich glaube ich habe genug platinom in der hohe die die in der hohe die in der hohe so ich bin schon zu hause äh ich bin die ganze zeit zu hause ich hätte mich vielleicht aufnahmepause ausloggen sollen hätte ich nicht rennen müssen ich habe dir doch gesagt ich bin nicht er habe ich sie in wo habe ich dir überhaupt gesagt wo ich gestorben bin ich baue hier mein Haus und dann falle den Schuss gefangen sind was so äh nicht wegen so ein Fisch äh es hat geleckt und ich bin runtergefallen tröding zum drüben Schäfer und also das eine Mann bin schon da gefangen das andere Mal da wurde ich getötet von einem Zombie weil da zu viele waren ich war einfach zu viele er hat sich dann dann zur Platin und Platin und Platin und ja das ist ein ich glaube kurz stehen ich bin sie stehen und da platziert wurden ja ich glaube ich habe genug Platinum okay führer wo ich den geld noch mal fragen dreckiger fisch wiesstiger erstellen nein nein fehlt ein platinum barren um was du nicht sein die mussten in die kisten gucken ich glaube ich habe gar keinen das kann man auch machen ich bin so und gehen in den Nürnberg er hat ihn um da wo ist der hübsch hier du kannst meinen alten haben ach so dann tu was darf ich habe jetzt in diamonds darf der macht es einfach doppelt so viel damage wie deiner du hast einen mana sterben bekommen ja aber diese die mana füllen ich weiß alter sieht das hässlich aus das wird mein haus ich meine einfach weil du das so komisch wieso hast du das nicht auf die wolkeninsel gebaut nein der baut das erstmal irgendwie blöcke daneben baut er die luft und die wolkeninsel wird noch abgebaut von mir wenn der lindwurm kommt wenn der lindwurm kommt ah nee kann er gar nicht vor allem ich fühle mich irgendwie blöd genau bekackt wie mein vater sagt ähm weil du weil du hast einfach nur ähm hier die wolken in der flasche und den ballon ja ich war einfach schneller so ich springe jetzt auf den fisch und fliege mit batsch oh nö stell vor das geht alter wer voll geil ja der wirft dich ab muss ihn in der luft fangen und dann wenn du ihn gefangen hast hast du ihn ja das klingt logisch wenn du ihn gefangen hast dann hast du ihn hm dann habe ich ihn mir nicht gefangen hm hm ich sortiere gerade Kisten weil Ordnung ist das Wichtigste interessant ma das Startform ist immer so lang weil ich weiß gar nicht was ich machen soll geh nach rechts geh nach rechts ting 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 wie viel damage macht deiner? äh ich glaube irgendwas mit 16 oder so einer macht 26 warte 16 ich hab den getötet ich hab den getötet ich hab den getötet ich weiß aber ich hab's angedeutet dass es war vor allem du hast auch in hook ja den hab ich mir gemacht hätte zu mir gescheit gesagt hätte ich dir auch reingemacht ehrlich hast du noch genug? ich kann mal gucken ob ich noch einen machen kann mit irgendwas auf jeden Fall weiß ich wenn du mit Edelstein machen willst dann mit äh brauchst du 15 für ja äh dann könnte es eng werden aua ich hab's echt nicht mit dem Fallschaden Fallschaden ist mein größter Feind ich hab sehen 16 äh 15 dann kann ich dir auch einen Amethyst Hook machen ok gut damit damit bin ich zufrieden oder haben wir noch ähm Saphira? ne nur ein Stück ok ok dann mach mir einen Amethyst Hook oder was du gerade gesagt hattest danke jetzt hab ich auch einen Hook ja da war es veröffentlicht rr Schosshausen ich weiß nicht schon irgendwie nix zu tun ich find's interessant sie sieben Minuten mir so viel langer Vorkommen du sagst was ist das so? aber noch 2 40 Sekunden dann hast du deine 15 Minuten voll ok und dann würde ich bei mir mal sagen bis zum nächsten Mal aber ne ich hab noch eine Minute ungefähr nur ein paar Sekunden ja ich wollte gerade ähm den Fisch fangen mit dem Amethyst Hook mhm boah stelle vor das geht und dann hängst du so an dem dran genau und da fliegt dich weg der macht Schaden das wär auch cool so du hast du ja und dann kannst du so auf Abstand halten wär aber richtig overpowered äh wär aber richtig overpowered äh Zombie Invasion äh mein Time hat geklingelt achso ähm dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal bei mir er hat wahrscheinlich zwei Folgen ja ich hab zwei Folgen und ich bin übrigens mit Nachladen richtig krass im Verzug äh das hochladen ja und ich bin einfach nur ähm richtig krass im Vorzug ja weil du einfach jeden Tag was hochladest ich hab gesagt das ist ein Projekt was wir manchmal hochladen und du lässt das einfach jeden Tag hoch und wenn du da nichts mehr hast dann meckerst du mich an dann Mann, tschüss.